So schnell bin ich nicht mal bei 60 Metern. Was? Wieso ist es so aufgereiht? Es ist ja voll unfair. Das geht aber voller Kanäle. Und die springen wie Pferde. Holt sich eine Schweizer von vorne. Gute Idee. Einer zieht, zieht, zieht. Der hat voll durchgezogen. Der sieht cool aus. Super gewesen. Neuer Rekord. Neuer Schweizer Rekord.